D-O-T-T-X Ja, ich bin Marc von 8 Records und wir drehen gerade ein Musikvideo für Fucking Freddy Mit Notix Pictures Hallo! Und wie wollt ihr das hier machen? Ja, da sind irgendwelche... Du, der Robert ist nämlich auf dem Fenster Der Robert ist da der Bock Sag nicht auf, ich hab keine Ahnung Ich hab überhaupt keine Ahnung Gut Gut Ich hab das jetzt gar nicht so hoch geachtet Aber sonst vermeng ich sicher war es auf alle Fälle Voll gut Schau mal ganz drauf Okay Ne, ne, mach das Nimm mal deine Hand Das ist genau so Und schau auf das Foto mit dem Mann und dem Kind Und jetzt darfst du das Foto zu Was? Ja, mach mal Shoutout Fucking Freddy Halt die Fresse Halt die Fresse Freeze ihn ab Mit jedem neuen Video und bla 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 Wir drehen dein Video? Du musstest so... Du musstest so... Halt wurde hier mal gefilter samh Du musst das so seriös sagen, hallo. Wir sind auch mit uns beiden. Genau, wenn kein... Steht der? Weine? Ich glaube nicht, dass ich weine. Doch, wir werden beide. Das ist super. Nee, mach weiter, mach weiter. Lübe! Raphaus! Lübe! Du sollst die Latte... Warte, der Künstler liegt auf dem Bett. Ich sag, Robert, den Latte nicht mit rein. Robert fragt, ich soll die Latte nicht mit rein nehmen. Okay, also du sollst das Bild von deinem Vater jetzt wieder vor dir... Warte, mach mal vor. Benni mach mal vor. Du kannst dann wie mal ein Dach im Grunde nehmen. Nee, vor die Kamera so, oder was? Ja. Und dann machen wir eine Blende, man. Guck mal, ich hab die Blenden voll ab. Ich mag den ganzen Fernseher. So. Wir sind so aus der Linken, oder direkt da, womit geht's in die Gesicht? Ja, das ist super. So genau. Ja, das ist super. Ja, das ist super. Boah, oh Mann. So geht's mir ja genau. Ich kriegst mich für euch aus meinem Leben. Penner, äh, zumindest gesagt. Aber auf jeden Fall besser. Ja, das ist super. Ja, das ist super. Ja, das ist super. Was machst du, Robert? Ich halte die Kamera und steige gleich in diesen Fahrstuhl. Oh, der da. Und dann fahren wir nach unten. Ganz ruhig. So. Ich merk mir auf Kameramann. Frau. Frau geht vor. Kerla. Oh, hallo. Hier, guck mal. Nee, er hat geschossen. Nee, er hat geschossen. Geil. Nein, ich will jeden. Oh, das macht mich mal so gut. Oh, das macht mich mal so gut. Warte. Oh, das macht mich mal so gut. Das ist schon schwer die Stelle zu fressen. Halt die Fresse. Karlsruhe TV. Karlsruhe TV. So sehen wir, sehen wir. Die Lage hier unten ist weiter aufsichtslosch. Ich werde jetzt Mark extrem umhauen. Das ist das Allerschönste den ganzen Tag. Und noch! Was war das denn? Das wird zensiert, aber trotzdem gezeigt. Kenny, komm doch mal her. Ich drehe eine neue Taupack-Folge. Jemand muss sterben. Ich brauch den deh�� Ich hatte gapsему, ich konnte bei unserem Als es erklärt werden. Schauspieler mach, ich konnte mit dem Gehen. Ichpling hier nicht aufsichtslosch. Ihr sollt ein Video-Intro machen für unser Making-of. Wir machen ein Making-of-Video für ein Video. Nein, machen ein Musik-Video. Wir machen ein Making-of-Video für ein Video. Ja, haften Fisch. Kannst du mal bitte nicht auf den Gleitern und auf den Keddy? Ihr sollt ein Video und könnt, auf den Kanal zu bringen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.